Freitag, 15 Uhr Langen, Fledermaus sitzt. Hi, wir sind heute, morgen und übermorgen, also Freitag, Samstag, Sonntag, auf der Radcon in Langen und würden uns freuen, wenn ihr uns besucht. Derzeit bin ich noch am Vorbereiten und kleine niedliche Schlüsselanhänger zu bemalen, sodass ihr die bei uns am Stand bekommen könnt. Also von daher, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, Freitag, Samstag, Sonntag sind wir da. Hoffen wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.